Herzlich Willkommen zu einem weiteren Videocast der Kader Deutschland DmbH. Heute zeige ich Ihnen in Scorpio ein Gerät, mit dem man die Etiketten laminieren und schneiden kann. Außerdem können Sie damit auch die Bahn der Etiketten schneiden und die Matrix entfernen. Mit dem Scorpio können Sie Etiketten in kleinsten Mengen schneiden. Da es sich um einen digitalen Plotter handelt, haben Sie keine zusätzliche Stanzform und somit halten Sie die Betriebskosten sehr gering. Ich hoffe der Beitrag hat Ihnen gefallen und falls Sie noch weitere Fragen zum Scorpio haben, können Sie sich gerne an die Info at kardai.eu wenden.